Regelmäßigkeit ist key. Sicher hast du dich auch schon mal gefragt, ja, wie oft soll ich denn jetzt eine Episode veröffentlichen? Dazu mal ganz kurz gesagt jetzt, ob du einmal die Woche rausgehst, alle 14 Tage, zweimal die Woche oder sogar täglich, das ist fördergründig überhaupt nicht entscheidend. Als Podcasterin gibst du ja, das darfst du nicht vergessen, deinen HörerInnen immer ein Versprechen, genau mit welcher Regelmäßigkeit du neuen Podcastinhalt publizierst. Und dieses Versprechen, das solltest du einhalten. Und natürlich sollte auch dein Content in die Episodenfrequenz passen. Das ist, glaube ich, ziemlich logisch. Also wenn wir jetzt mal einen News-Podcast nehmen, der tagesaktuelle Nachrichten veröffentlicht, aber nur einmal die Woche eine Episode hat, dann wird der dem Content nicht wirklich gerecht. Wenn du jetzt aber jemand bist, der tiefgehende Interviews produziert, dann reicht vielleicht auch eine Folge pro Woche oder alle 14 Tage. Das war jetzt nur ein Podcast-Tipp von mir. Wenn du mehr von diesen Tipps gerne haben möchtest zum Podcasten, dann werde jetzt kostenfrei Mitglied im Podcast-Liebe-Club. Trag dich dafür einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein und du bekommst dann regelmäßig Podcast-Ressourcen, Inspirationen, Tipps und vieles mehr direkt in dein E-Mail-Postfach. Den Link zum Podcast-Liebe-Club und auch aller erwähnten Ressourcen aus dieser Episode findest du ganz oben in den Shownotes. Ressourcen aus dieser Seite